Wir produzieren Steuerungsanlagen für Kälte- und Belüftungstechnik. Wir nehmen uns Zeit, beraten und informieren Sie ausführlich über die Möglichkeiten einer zukunftsorientierten Kälte- und Klimatechnik. Nach der Besprechung mit dem Kunden geht es in die Grafikabteilung. Hier befinden wir uns im Planungsbüro. Es werden alle Stromlochpläne hier erstellt, nach denen die Schallschränke verdrahtet werden. Die Umsetzung erfolgt in der hauseigenen Produktionshalle. Wir befinden uns hier in der Produktion und ich schließe hier Geräte an. Unser Betrieb legt großen Wert auf Ausbildung. Ich mache eine Ausbildung bei der Firma Elektro, Engels & Schmitz. Ich bekomme eine gute Ausbildung, eine gute Anleitung und habe mit dieser Ausbildung gute Perspektiven für den Arbeitsmarkt. Der Ausbildungs-Oscar der IHK ist unsere Bestätigung. 50 Mitarbeiter garantieren einen reibungslosen Ablauf und schaffen Vertrauen in Professionalität und Qualität.